hinzuverdienstgrenze der em-rente steigt im jahr 2024 mein name ist peter knöppel ich bin rechtsanwalt und rentenberater von rentenbescheid24.de ich hatte es ihnen ja schon in einem video welches kürzlich veröffentlicht habe mitgeteilt dass die jährliche bezugsgröße als rechenwert in der sozialversicherung im jahr 2024 steigen wird hatte dazu man übersicht gemacht wird in dem video ich werde also dieses neue video dann auch mal verlinken dann können sie sich das noch mal in ruhe angucken und hatte gesagt dass das selbstverständlich auswirkungen auch auf das thema rente hat unter anderem auf die hinzuverdienstgrenzen bei renten wegen erwerbsminderung nach paragraf 96 a sgb 6 und dann steigen wir mal gleich ein denn da gibt es erfreuliche nachrichten für millionen rentnerinnen und rentner die eine rente wegen erwerbsminderung bekommen denn deren hinzuverdienstgrenzen steigen was ist passiert meine damen und herren wir gucken uns das mal an ich mache das mal ein bisschen größer hier dass sie das vielleicht besser sehen können wir haben seit dem ersten januar 2023 in der em rente eine dynamische hinzuverdienstgrenze das wurde durch hubertus heil im jahr 2022 gesetzlich festgelegt das wurde auch so umgesetzt und zwar haben wir seit dem januar 2023 im bereich der renten wegen erwerbsminderung unterschiedliche hinzuverdienstgrenzen die zum teil doch recht erheblich im vergleich zum jahr 2022 nach oben gegangen sind ja das kennen sie wir hatten dazu auch ganz ganz viele beiträge veröffentlicht und haben da auch rat und tat sozusagen erteilt bei nachfragen und jetzt steigen wir einfach mal in das hinzuverdienstrecht nach § 96a sgb 6 ein denn wir unterscheiden ja die hinzuverdienstgrenzen bei den renten wegen erwerbsminderung ob ich eine em-rente als teilweise em-rente erhalte oder eine em-rente als rente wegen voller erwerbsminderung halt bei der teilweise em-rente oder rente wegen teilweise erwerbsminderung haben wir eine sogenannte mindest hinzuverdienstgrenze die gilt für alle diese rentenarten also für die teilweise erwerbsminderungsrenten und zwar berechnet die sich aus dem aus dem 6 8 des 14 fachen der monatlichen bezugskurse fürchterlicher rechenschritt 2023 lag die mindest hinzuverdienstgrenze bei 35 16.647 euro und 50 cent das heißt damals war die bezugsgröße damals war sozusagen die bezugsgröße lag bei 300 bei 3395 euro die bezugsgröße die wir jetzt haben ist ja gestiegen auf 3535 euro das heißt also die mindest hinzuverdienstgrenze für das jahr 20 24 liegt dann bei 3535 euro mal 14 mal 6 achtel das heißt wir haben jetzt sieben also ab dem ersten ersten 2024 haben wir einen anrechnungsfreien hinzuverdienst bei einer teilweise erwerbsminderung bei einer rente wegen teilweise erwerbsminderung als mindest als sozusagen als grund hinzuverdienst von 37.000 euro 37.117 euro und 50 cent das ist der betrag den rentnerinnen und rentner generell bei einer rente wegen teilweise erwerbsminderung im jahr 2024 anrechnungsfrei dazu verdienen dürfen das merken sie sich bitte und dann haben wir noch bei der rente wegen teilweise erwerbsminderung eine individuelle hinzuverdienstgrenze das heißt also wenn die deutsche rentenversicherung oder ein anderer rentenversicherung träger der gesetzlichen rentenversicherung eine rente wegen teilweise erwerbsminderung ab 2024 bewilligt muss geprüft werden ob die individuelle hinzuverdienstgrenze bei der rente wegen teilweise erwerbsminderung niedriger ist als die mindest hinzuverdienstgrenze von 37.117,50 euro dann verbleibt es bei dieser mindest hinzuverdienstgrenze ist die höher gilt natürlich dann die höhere grenze und die höhere grenze oder die individuelle hinzuverdienstgrenze wird berechnet aus dem 9,7 zweifachen der monatlichen bezugsgröße das wiederum multipliziert mit den höchsten entgelt punkten der letzten 15 jahre beispiel in den letzten 15 jahren haben sie ein 1,500 entgelt punkte erwirtschaftet dann multiplizieren wir diese monatliche bezugsgröße aus dem jahr 2024 3535 euro einfach also wird folgender rechenschritt vorgenommen das 9,7 zweifache mal 3535 euro mal 1,5 ergibt dann eine individuelle hinzuverdienstgrenze anrechnungsfreier brutto jahres hinzuverdienst an die rente wegen teilweise erwerbsminderung in höhe von 51.540 euro und 30 cent das heißt das ist genau der brutto betrag den sie anrechnungsfrei neben der rente wegen teilweise erwerbsminderung verdienen dürfen also wir haben noch mal bei rente wegen teilweise erwerbsminderung haben wir zwei hinzuverdienstgrenzen einmal die mindestgrenze die gilt für alle im jahr 2024 und einmal die individuelle grenze wenn die individuelle grenze niedriger ist als die mindestgrenze verbleibt es bei der mindestgrenze ist die individuelle grenze aber höher als die mindestgrenze gilt natürlich dann die höhere grenze so und jetzt steigen wir ganz hoch komplex in die volle em-rente ein und da haben wir im jahr 2024 eine für alle rentnerinnen und rentner die eine rente wegen voller erwerbsminderung bekommen generelle anrechnungsfreie hinzuverdienstgrenze und zwar lag die im jahr 2023 bei 17.823 euro und 75 das war damals also ab 1 januar 2023 ein fulminanter anstieg von 6.300 euro auf diese 17.823 euro und 75 cent da haben mich viele leute angerufen haben gesagt mensch herr knöppel das kann man gar nicht wahr sein so viel kann man doch gar nicht verdienen anrechnungsfrei neben einer vollen ehrenrente ja doch natürlich geht das also das ist möglich beim entsprechenden durchschnittsverdienst durchschnittstundenlohn ist das im rahmen der stundenvorgaben im em-rentenrecht nach paragraf 43 sgb 6 selbstverständlich möglich ja und wie berechnen wir diesen die anrechnungsfreien hinzuverdienst für das jahr 2024 ganz einfach wir nehmen drei achtel des 14 fachen der monatlichen bezugsgröße das heißt also wir rechnen 14 mal neue bezugsgröße 5000 3535 euro davon drei achtel ergibt dann für das jahr 20 und 24 18.558 euro und 75 cent anrechnungsfreien hinzuverdienst brutto neben einer rente wegen voller erwerbsminderung also meine damen und herren bitte nicht verwechseln mit mini job oder sowas ganz und gar nicht sie können im jahr 20 24 wenn sie eine rente wegen voller erwerbsminderung haben anrechnungsfrei 18.558 euro und 75 cent dazu verdienen das ist also ein anstieg um fast 700 oder knapp über 700 euro gegenüber dem jahr 20 und 23 ja meine damen und herren sie sehen ein kleiner anstieg der bezugsgröße als rechenwert in der in der sozialversicherung welche ab ersten ersten 20 24 grenzen führt automatisch bei dem hinzuverdienst grenzen bei der erwerbsminderungsrente zu einer erhöhung dieser hinzuverdienst grenzen und deshalb merken sie sich bitte wir haben seit dem ersten ersten 20 23 eine dynamisierte grenze das heißt also die passt sich automatisch an die neuen rechenwerte in der rentenversicherung hier meine ich die bezugsgröße an steigt die bezugsgröße steigt auch die hinzuverdienst grenze in der em-rente ja ich hoffe sie haben das alles verstanden und konnten das nachvollziehen aber ich denke es dürfte doch klar sein wir haben eine mindesthinzuverdienst grenze bei der rente wegen teilweise erwerbsminderung die liegt im jahr 20 24 bei 37 117 euro und 50 cent und wir haben bei der vollen em-rente einen anrechnungsfreien hinzuverdienst ab 2024 in höhe von 18.558 euro und 75 cent das merken sie sich vielleicht mal so im grundsatz ansonsten können sie auch ganz gerne mal auf meine internet seite rentenbescheid24.de einschauen ich werde dazu auch mal einen textbeitrag veröffentlichen und alles andere dann möglicherweise in mails anfragen oder vielleicht auch beratungs anfragen ihrerseits oder sie rufen irgendwann mal im jahr 20 24 bei der deutschen rentenversicherung was sie sich aber auch bitte merken sollten wenn sie aktuell zum beispiel ein hinzuverdienst bei einer vollen em-rente haben von 18.000 euro der liegt ja sozusagen ein bisschen höher als die 17.823 euro und der verändert sich sozusagen im jahr im januar 20 34 nicht muss die rentenversicherung ihnen einen neuen rentenbescheid schicken nämlich dann ist nämlich dann ist nämlich der hinzuverdienst von 18.000 euro an die em-rente automatisch wegen veränderung der bezugsgröße anrechnungsfrei das ist wiederum der vorteil deswegen bei solchen grenzgeschichten bitte aufpassen genau hingucken wenn die deutsche rentenversicherung da nicht reagiert einfach mal anrufen und nachfragen und um neu berechnung bitten generell ist es auch so muss die rentenversicherung ab ersten januar 2024 hier eine neue berechnung des anrechnungsverein hinzuverdienstes vornehmen da sich die hinzuverdienstgrenzen zum januar 2024 deutlich erhöhen näheres zu diesem thema finden sie wie immer auf rentenbescheid24.de ich wünsche ihnen eine rentenstarke woche ihr rechtsanwalt und rentenberater peter knöppel